Handlich, hochmodern, Dicta 7. Mit dem neuesten Premium-Produkt von Grundig Business Systems wird das mobile Diktieren völlig neu erfunden. Was die Technologie anbetrifft, ist unser neuestes Produkt zum Beispiel mit einer Bluetooth-Schnittstelle ausgestattet, was es ermöglicht, zum Beispiel einem Anwalt nach einem Gerichtstermin ein kurzes Diktat zu machen und es dann über die Bluetooth-Schnittstelle direkt auf ein Blackberry und somit automatisch in das Netz zu versenden. Diktatversand per Bluetooth. Spracherkennung gekoppelt mit Diktat-ID. Aufnahme in WAV- und MP3-Format. Die neue 7er-Reihe hat echte Smartphone-Qualitäten. Doch die digitale Weltneuheit kann noch mehr. Hier haben wir den Schiebeschalter, der zum Ziel hat, das Gerät blind bedienen zu können. Das heißt, dass man nicht aufs Gerät schauen muss. In der Vergangenheit mussten wir extra für USA immer ein separates Gerät produzieren und auch ausliefern. Das ganz Neue bei dem Gerät ist halt, dass man noch zwischen einer US-Variante und einer europäischen Variante wechseln kann. Aus eins macht zwei. Und alles mit nur einem Dreh. Wie die Zeiten sich doch ändern. Vor 50 Jahren waren Diktiergeräte noch riesige, globige Ungetüme. Kein Vergleich mit heute. Und so ist auch Grundig Business Systems längst ein modernes Hightech-Unternehmen. Gehört weltweit zu den Top 3 der Branche. Bis zu zwei Millionen Einheiten verlassen das Werk in Bayreuth pro Jahr. Made in Germany hat dabei oberste Priorität. Die Tatsache, dass wir nicht in Südostasien oder in Asien oder irgendwo anders produzieren, ist ein ganz wichtiges Verkaufsargument. Insbesondere auch im Ausland haben wir festgestellt, dass dieses Made in Germany, dass dieses German Engineering ein sehr wichtiger Punkt ist, den wir durchaus als Wettbewerbsvorteil haben. Schließlich macht Grundig Business Systems 40 Prozent seines Umsatzes im Ausland. Vor allem in Frankreich, England, Skandinavien und den USA. Ein Geschäft in Frankreich ist ein anderes Geschäft als ein Geschäft in Deutschland. Ich glaube, dass Sie auch insbesondere, wenn Sie in Asien Geschäfte machen, wo wir unter anderem letztes Jahr über 2000 Diktiergeräte hinverkauft haben in eine Behörde der Justiz, denke ich, müssen Sie mit ganz anderen Mitteln arbeiten und ganz andere Wege gehen, um auch dort erfolgreich zu sein. Andere Märkte, andere Mentalitäten. International agieren erfordert globales Denken. Das reicht vom Schiebeschalter bis hin zum Kampagnenmotiv, auch beim Technologieführer. Man versucht es natürlich auch so weit wie möglich so zu konzipieren, dass es eben dann auch international einsetzbar ist. Wir haben drei Agenturen damit beauftragt, eine Kampagne zu entwickeln zur Positionierung des Diktar 7. Es ist so, dass wir zuerst in Deutschland eben unseren Kundenbeirat diese Kampagnen vorgelegt haben. Und die haben sich für dieses Motiv oder diese Kampagne eben entschieden, weil sie gesagt haben, ja, damit können wir uns identifizieren. Und das war international genauso. Um auch in Zukunft auf den Weltmärkten erfolgreich zu bleiben, investiert Grundig Business Systems 15 Prozent des Umsatzes in Entwicklung und Forschung. Denn mit dem Trend zur Digitalisierung ist bei der Audioverarbeitung noch lange nicht Schluss. Und sicherlich weiter nochmal dieses Zusammenspiel zwischen anderen Geräten, also mit anderen Smartphones vielleicht nochmal, auch nochmal weiterdenken. Und was immer unser großes Ziel ist, halt weiter noch das Zusammenspiel mit Spracherkennungssoftware zu verbessern. Made in Germany oder besser noch Made in Bavaria. Ein Siegel, das verpflichtet. Egal wie die Diktiergeräte von morgen auch aussehen, eins ist sicher. Die Merkmale effizient, langlebig und qualitativ hochwertig. Wird man in Oberfranken sicher nicht aus den Augen verlieren.